Musik 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 Vielleicht, damit Sie das auch einschätzen können, also diese 30 Millionen Kubikmeter jedes Jahr in Bayerns Wäldern an Zuwachs, bedeuten ungefähr 1 Kubikmeter Zuwachs an Holz jede Sekunde. Natürlich ein bisschen einfach gerechnetes Beispiel, weil das Holz nur im Sommer wächst und nicht im Winter. Aber wenn Sie es aufs ganze Jahr verteilen, wächst jede Sekunde ein Kubikmeter Holz, also ein Würfel mit 1 x 1 Meter Holz und wieder und wieder und wieder. Musik